und einer weniger nein so mitte zahlen okay hat sich schon mal das hunde problem hier erledigt jetzt wie komme ich da okay ich brauche eindeutig wieder neue pfeile hier so jetzt die frage ich war ja noch nie drin was findet man denn eine münze da ist eine brosche noch nicer eine kerze zum ausmachen brauchen wir nicht ein versteckter schalter der eine versteckte irgendwas gerade geöffnet hat moment ich habe keine ahnung was der schalte gemacht hat ist es von oben gekommen oder also der schalter sagt mir gerade gibt mir keinen hinweis schade dass es hier keine verzweigung oder ähnliches gibt für den schalter aber es könnte wahrscheinlich auch sein dass der schalter für eine ganz andere banale sache da ist und zwar für aber das war eindeutig links ne ok ich will über dieses blöden schalter gibt es ja eigentlich keine hier durch kann ich nicht gehen blödsinn so jetzt muss ich da irgendwie nach oben aber hier war ich 100 pro schon mal drin bin ich schon mal bestimmt rausgekommen aus diesem blöden gitterdings jetzt die frage wie komme ich jetzt wieder zurück hier rein muss ich da jetzt irgendwo anders lang wieder nö gibt es hier unten eine tür die ich öffnen und schließen kann ich weiß nicht ich habe das glaube ich einmal noch zu viel benutzt so machen wir jetzt nochmal auf eindeutig links hat sich irgendwas getan jetzt die frage was hat sich getan ist hier irgendwas aufgegangen das hier auf alle fälle nicht schau mal vielleicht hat das irgendwas benutzt ja wirkt in dem fall hier müsste man ja nach oben kommen moment ach hier waren wir ja schon mal klar das war der ring so also das ding karte ansehen ziele das ding verpackte fracht die wache hat vor kurzem den bestand überprüft und ich will wissen ob in den alten kisten die sie herum kamen mehr ist als eintopf ok alte kisten die sie herum kamen ah ist in meiner hand das wird dann wahrscheinlich oh nice meins alles meins so jetzt wird es wahrscheinlich diese dinger hier oben geöffnet haben ja wie mir schon fast von Anfang an klar war aber der sicherheitskasten ist dann draußen das wundert mich natürlich stark dass das da überhaupt funktioniert hat so jetzt aber keine fallen drin ah briefe wunderbar auch noch fehlt das hauptmanns der wache hier sind auch noch welche ist auch noch was drin nisch warum auch immer aber niemand hat anscheinend zeit sich anständige schränke zu holen ich würde mal gerne einen seilpfeil haben anstatt irgendwelche wasserpfeile breitkopfpfeile die brauchst du überhaupt nicht ich benutze die noch nicht mal im kampf benutze ich den bogen allgemein nur selten ich komme ich bin nicht so geistesgegenwärtig was bogen und kampf oder sowas angeht da denke ich mir immer so links war dann auch noch was in dem bild das habe ich auch noch mitgekriegt scheiße so und dann da nochmal aber wichtiger ist eigentlich immer dieser safe weil da ist schönes extrazeug drin zum Beispiel eine parfümdose oder parfümflakon so jetzt aber wo ist der Wo bist du? Da war doch was. Na, hey. Uh, was ist das denn? Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, jetzt die Frage. Wo finden wir das nächste Ziel? Da oben hätten wir noch eins. Müssen wir mal schauen, wie viele Ziele ich überhaupt noch habe. Ziemlich viele. Moment. Achso, das ist das. Ah, die gehen natürlich alle hier nach oben. Das heißt, ich muss dann hier auch wieder raus. Könnte ich auch gleich mal noch dieses Nebenquest hier mitmachen, weil das läuft mir ja nicht weg in dem Fall. So, bitte nach unten. Dankeschön. Und fallen lassen. Ich will schon speichern. Und springen wir eigentlich auch nochmal eine ganz gute Idee. Warum auch immer das gerade nicht funktioniert hat. So, na komm schon. Oh, blöd. Oh, äh. Mann, ich will mal die große Karte aufmachen damit. Hier rechts ist auf alle Fälle noch was. Irgendein Nebenquest. So, jetzt muss ich aber erstmal noch an diesen Wachen vorbei. Der Typ hat eindeutig irgendwelche Pfeile im Rücken. Sieht sogar jeder Blinde. Also, na, kann man ja ertasten. Noch besser sieht man es natürlich dann, wenn man die Pfeile selbst da reingeballert hat. Komm schon. Wow. Äh. So, Moment. Hier kann man nichts machen. Was mich jetzt nochmal irritiert ist, dass hier überhaupt was ist. Moment. Was ist das für ein Nebenziel? Begib dich zum Haus des Sammlers. Moment. Da. Genau. Haus des Sammlers. Done. Das ist das Haus des Sammlers. Hat das einen oberen Eingang. Na, dankeschön. Muss ich hier lang, darüber. Jetzt muss ich hier wieder hochklettern. Jungs. Muss ich denn immer nach oben? Immer. Ist auf Dauer ganz schön anstrengend. So, jetzt aber die Frage, wie komme ich hier hoch? Also ich kann hier auf alle Fälle über den Balken nach drüben. Ich kann hier hoch. Und das heißt, hier müsste ich irgendwie versuchen, als erstes hochzukommen. Das ist jetzt erst, ach, hier kann ich auf die andere Seite gehen. Das heißt, hier hinten müsste ich durch dieses Haus durchklackern können. Beziehungsweise müsste es hier einen anderen Hochweg geben. Oder hier hinten vielleicht. Oder? Nö. Ah, nicht. Wie? Komme ich denn bitte hier hoch? Ich sehe hier nirgendwo einen Seilpfeilteil da. Oder kann ich... Nee, hier kann ich nicht hoch. Das ist auch von dem Letzten noch. Kann ich hier hoch? Hier kann ich dann irgendwie durch das Haus vielleicht. Aber wie ich weiter da vorkomme... Ich habe jemanden gesehen. Jetzt will ich... So, also. Kommt man... Ah, ja, klar. Hier gibt es ja dieses blöde Haus. Ich wundere mich die ganze Zeit, wie komme ich hier hoch? Wie soll ich das machen? Oder ist das doch so einfach? Der Bursche ist schlau. Der Bursche ist schlau. Zu schlau für euch, meine guten. Zu schlau für euch. So, hier drin waren wir schon. Brauchen wir nicht. Jetzt muss ich nur mal hier wieder weitergehen. Ah, so. Hier. Fleischliebhaber. Geht scharf. Was haben wir denn da eigentlich alles? Menschliche Innerein. Je schneller du dich bewegst, desto einfacher kannst du... gesehen und gehört werden. No shit, shoulder. No shit. Okay. Wieso habe ich denn hier keine Karte? Ja, jetzt habe ich hier eine Karte. Ich wundere mir. Ziemlich simples Gebiet hier. So, ab und zu mal speichern. Wurfobjekt gibt es auch. Reichlich. Oder Unfallobjekte in dem Fall. So. Hoffentlich sind hier keine... Bis jetzt sind hier nie Personen anwesend gewesen. Das ist cool. Ich habe hier fast immer meine Ruhe gehabt, wenn ich das gemacht habe. Hoffentlich kommt er nicht hier rein. Hier ist niemand. Das war unheimlich. Ja, ganz doll. Unheimlich. Moment. Bin ich überhaupt? Das gibt es nicht. Der braucht jetzt das meine. Und alle. Ja, schönes Ding. Ja, okay. So, speichern. Wo sind wir jetzt eigentlich hier auf der Karte? Das ist ein Haus. Also das ist alles, aber kein Haus. Also ich würde eher dazu sagen, das ist ja so eine Art... Ähm... Na, wie die alten römischen... Gebäude eben. So, ich bin hier von oben gekommen. Bin hier reingegangen. Nee. Moment. So, dann bin ich wieder hier rausgekommen. Wo auch immer ich jetzt bin. Und wo ist das für ein Weg? Was ist das hier für eine? Schlossknackdingens. Nee, 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 nee. Ja. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ta, 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 ta. Okay, das könnte jetzt ein bisschen tricky werden. Ich muss vor allen Dingen... Ja, ich sollte vielleicht erstmal hier diesen Gang hinten fix durchschauen. Ob es hier irgendwo was gibt, was ich mitnehmen kann. Der Auftrag ist in Ordnung. Bezahlungen da, man muss mich dran umbringen. Stell keine Fragen, dann ist alles klar. Das ist mit dem Herbnishaus. Was habe ich Dir gerade gesagt Wachs Ohr? Der da oben ist von Adel. Was? Oh, Adel. Alkwörder ist. Warum lebt er denn hier unten? In der Hundescheiße. Er hat sein Geld für die fehlsamsten Dinge ausgegeben. Ein Gespräch ist. Sehr speziell. Spaziell? wie fern speziell da würde ich gern mal wissen was da alles dabei ist okay also bisschen was für den mohn und wieder mal so eine pflanze mitnehmen ich frage mich nur ob die teile echt nachwachsen schön wäre es natürlich sind die anderen ausgegangen hatte einen kleinen auch gott das ist doch hier bestimmt wieder so ein ziel gewesen mit genau keine kills oder ko schläge danke schön aber das habe ich schon überhaupt mal kurz letzten speicherpunkt laden ich bin ja einmal durchgegangen habe einen gesehen und den sofort k.o. geschlagen da habe ich noch nicht mal auf die missionsbeschreibung geguckt das ist ja schon so übergegangen so was haben wir denn hier oh brie bringt mir eine kerze oh geil na was haben wir denn hier also 25er goldohrringe besser nichts als jeden tag irgendwas ne mal eine devise ja oh oh ah wundervoll also wo komme ich denn jetzt hier hin diese kerze könnte ich auch mal aufwärts ausmachen damit mich ja niemand sieht so aubry er braucht eine kerze ok so ich habe ja hier schon jemanden umgehauen von daher ist das erste ziel sowieso gescheitert moment was ein ko schläge von oben ah ja keine kills oder ko schläge und ein ko schlag von oben wenn ihr die jetzt separat gehandhabt oder was ist damit gemeint so hoffen wir mal dass der typ da drin bleibt hier könnte ich was kaputt machen mache ich aber jetzt nicht weil ich bin ja anständig zumindest mal das mache ich wahrscheinlich kurz bevor ich hier weg gehe hole ich mal meinen guten alten Schläger aus meiner Häsentasche und mach die kaputt oh das ist mir doch hier ein raum nach meinem geschmack aber noch mehr als einfach nur so ist mir mit mir fast schon noch liegen hier diese montenessis oder sowas aber das hat irgendwie einen gewissen flair die bilder damit zu nehmen so das hier unten könnte ich vielleicht ausmachen aber sonst gibt es hier nicht weiter gut speichern und was wollte ich den mal noch mal genau auf die karte schauen wo wir den überhaupt sind oh Junge treibt da jemand spielchen mit mir ja sehen kann er mich zum glück nicht aber ich sehe seine lebenserzeige seit wann das denn das war doch sonst nie so ok ok nehmen wir mal den na willst nicht licht anmachen schade na kommst du jetzt durch gleich hab ich dich komm schon wehe du drehst um ok wie der team einfach immer abtastet kurz bevor die umliegen so ja gut gemacht so das noch mit das auch noch links haben wir auch ordentlich geguckt ah hier das sieht mir ein schönes Stück glücklich aus kann nicht gesehen werden was da ist kann nicht gesehen werden super ah nehmen wir den noch mit das ist ein Wurfobjekt Nahrung Enten hat mich schon so gefreut aber ich brauche echt dieses eine Ding was mir mehr Leben ermöglicht also nicht mehr Leben sondern in dem Falle mehr tragen vom Leben ne so ok machen wir das nochmal fix aus hier irgendwas stimmt nicht gibt es hier denn noch irgendwo einen Lichtschalter zumindest zu dem wenn ich jetzt auch reingeben das hier ja irgendwo ein Lichtschalter sein rein von der Logik hier ok Ziele Finde den Geheimtresor so noch habe ich ja hier ist der Geheimtresor draußen oder drin das ist jetzt die Frage wie sich stellt der Kaffee hier schmeckt wie Abwasser und wie viele von den Wachen gibt es hier so eine Wache haben wir schon mal die Nacht dauert ewig Double Steel haben wir doch was ne ist was zum werfen auch was zum werfen da hier ja ja ja